In der Stadt erzählt man sich Geschichten vom Marschmädchen, die allein in der Wildnis aufgewachsen ist. Aber sie kannten mich nie wirklich. Wie bei den meisten Geschichten spielen Fakten keine Rolle. Ich wusste nicht, wie Leben geht. Ich lernte lieber von der Marsch. Hallo, Miss Kaya. Ich hab gehört, sie kaufen Muscheln. Die Marsch lehrte mich zu überleben. Aber sie konnte mir nicht alles beibringen. Du kannst nicht ewig allein in der Marsch leben. Du wirst schon sehen. Okay. Du bist gefährlich, hier draußen allein zu leben. Ich komm klar. Du bist schon eigentlich wahr. Miss Kathleen Clark ist angeklagt wegen des Mordes. An Chase Andrews. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe. Ich werde hier rauskommen. Auf die eine oder auf die andere Art. Ich werde nicht in Angst leben. Oh, you didn't see me here. Sei vorsichtig. Du bist da draußen mutterseelenallein. Ich werde nicht in Angst leben. Geile Fußspuren, Fingerabdrücke. Nichts. Da hat jemand Beweise vernichtet. Ich weiß, sie haben tausend Gründe, diese Menschen zu hassen. Nein, ich hab sie nie gehasst. Sie haben mich gehasst. Sie wollen, dass ich um mein Leben flehe? Das werde ich nicht. Die Welt ist gefährlich, ja? Ich weiß nicht, ob die Natur eine dunkle Seite hat oder nur einfallsreich ist, um zu überleben. Gegen alle Widerstände. Gegen alle Widerstände.